Jedes Kästchen hat eine Seitenlänge von einem Zentimeter. Wie groß ist die Fläche der blauen Form? Und falls du eine Idee hast, wie du das ausrechnen kannst, dann pausier kurz das Video und dann probieren wir gleich mal aus, ob wir beide aus Gleichergebnissen kommen. Okay, wie kann man das ausrechnen? Also wir wissen, jedes Kästchen, was wir hier drin haben, hat eine Seitenlänge von einem Zentimeter. Das heißt, es ist einen Zentimeter lang und einen Zentimeter breit oder hoch. Und die Fläche von einem, so ein Kästchen, ist dann einfach der Inhalt. Also was liegt innerhalb dieses Kästchens? Was wird abgedeckt von dem Kästchen? Und das wäre dann einfach 1 mal 1, also ein Quadratzentimeter. Quadratzentimeter, weil es jetzt eine Fläche ist und nicht mehr nur eine Länge wie vorher. Und jetzt könnten wir anfangen und sagen, gut, dann decken wir doch unsere Form mittels unserer Kästchen ab. Also hier wäre das erste Kästchen, hier wäre das zweite Kästchen, das dritte Kästchen und so weiter, bis wir die ganze Form vollständig haben. Und dann wissen wir auch, was die Fläche der Form ist. Ja, das kann man so machen, aber das geht auch schneller, wenn man ein bisschen in Eile ist. Da kann man nämlich anfangen, sich die Fläche mal in Rechtecke zu zerlegen. Jetzt können wir nämlich hier anfangen und sagen, gut, unsere blaue Fläche, die wir hier haben, die können wir eigentlich auch darstellen als einmal so ein Rechteck, was hier unten lang geht. Also einmal hier und dann noch ein zweites Rechteck, nämlich der Rest von der blauen Form, also das, was hier oben ist. Und warum bringt uns das was weiter? Naja, wir wissen, wie man die Fläche von einem Rechteck ausrechnet. Weil dieses Rechteck hier unten hat jetzt eine Höhe von 1, 2 Zentimeter. Also hier sind 2 Zentimeter. Und die Breite, wie viele Kästchen ist das breit? Naja, das ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Kästchen breit. Also 7 Zentimeter breit. Und jetzt wissen wir, die Fläche, also der Inhalt von diesem Rechteck, das, was von dem Rechteck abgedeckt wird, das ist einfach immer die Länge mal die Breite. Also wären das einfach 2 mal 7. Das heißt, 2 mal 7, das weißt du vielleicht aus dem kleinen 1 mal 1, das sind 14 Zentimeter. Und das gleiche machen wir jetzt noch für das Rechteck hier oben. Da haben wir in der Länge hier 1, 2, 3, 4, 5 Zentimeter. 5 Zentimeter. Und in der Breite haben wir hier 1, 2 Zentimeter. 2 Kästchen, also 2 Zentimeter. Und für die Fläche heißt das ganz genau. 5 mal 2, müssen wir da rechnen. 5 mal 2, das sind 10 Quadratzentimeter. Und ich habe hier unten einmal das Quadrat vergessen, vielleicht ist das gerade auch schon aufgefallen. Quadratzentimeter, weil wir jetzt ja wieder von einer Fläche reden. Von einer Fläche, also von dem Inhalt. Und nicht mehr nur von der Seitenlänge. Deswegen jetzt wieder Quadratzentimeter. Und jetzt wollen wir ja die Fläche der gesamten blauen Form haben. Und die ergibt sich dann einfach aus 10 Quadratzentimeter plus 14 Quadratzentimeter. Und das sind unterm Strich, da mache ich einmal noch einen Strich hier drunter und ein Plus dahin, sind das 0 plus 4 sind 4 und 1 plus 1 sind 2. Also 24 Quadratzentimeter. Danke. 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 Vielen Dank.